so dann haben einfach eine quest gemacht sehr gut wir haben gesagt sakaros wäre eine idee habe ich sakaros ist die frage ich hätte sakaros da habe ich schon gerade was gesehen was zu neige gehen wird an die schoten jagen wird das thema sein wenn ich nicht kaufen kann mit sternen staub lohnt sich das nenne weil es das eigentlich ist das egal diesen monat noch verfügbar 15 ich habe hier nichts anderes oder glaube ich auch egal was ich mache was man da kauft wir machen es was soll es und dann noch das und dann noch das falsche gekauft auf na gut bis hoch gespielt haben wahrscheinlich auch einiges gerade mal gucken was wir da kriegen können so was haben wir hier annehmen annehmen support bild wäre und gucken ob eine waffe haben anständige könnte ich natürlich die von monat nehmen aber das hier ist das opfer ritual aber es sieht genauso aus klappt das ist das sogar moment und Das war's. ein paar ist gekommen ist gekommen ich hab mir nämlich ein be quiet 400 euro und be quiet geholt der ziemlich nice aussieht da werden wir wahrscheinlich heute den dauer umbauen ich habe von meinen schwiegereltern zu weihnachten zu neuen produkt bekommen und jetzt habe ich mir den umtauschen lassen und dieser be quiet ist im preis leistung ziemlich gut und da ich nicht so also er macht auch schön bling bling und so aber das halt nicht mein haupt augenmerk und daher war das war das schon ein schnapper okay so auf 60 haben wir auf jeden fall schon mal hoch gemacht wir sehen wir können die auch verfeinern so level 60 haben wir auf jeden fall jetzt ist doch schon maschine saccaros mal denn hier noch gebet der vier winde ist das nix was man hoch machen könnte ein wechseln vier sekunden acht bis vierfach stabler ok dann erstmal dass man das auf der und jetzt was ist das was ist das set was sie braucht ein animo ja was ist denn das findet wie heißen das auf deutsch weiß gar nicht ob ich das überhaupt habe grünlicher schatten doch habe ich tatsächlich da werden wir alles anlegen müssen was wir irgendwie mal bekommen haben ja mal nix hier haben wir nix da mal irgendwas anderes keine ahnung ja sowas oder geo schaden aber irgendwie wind schaden bonus oder sowas und kommen ja an ihm und an ihm und schaden bonus easy an ihm und schaden kälfte lehre naja mach 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 das hier das ist zumindest mal grund ausgerüstet wir können sie sowieso nicht nehmen weil viel zu low aber ist auf jeden fall eine option also saccaros hat mir ziemlich gut gefallen muss ich sagen die müssen wir halt hoch spielen gut dann würde ich sagen war es das für heute vielleicht bin wir heute abend noch mal ein bisschen so mal gucken vielleicht von 18 bis 20 uhr weil wir müssen noch weitermachen und dann versuche ich heute umzubauen das wird ja wahrscheinlich auch zwei drei stunden dauern und dann sind wir heute abend vielleicht mit dem neuen gehäuse alles klar dann wünschen wunderbaren dienstag und wir sehen uns später bye bye